Hallo, hallo, happy Pfingstsonntag! Hier noch ein ganz kurzes Video für die Bekanntmachung von meinem Webinar morgen. Und zwar gebe ich ein Webinar zum Thema Schmerz, chronische Schmerzen, körperliche Schmerzen, aber auch emotionale Schmerzen, weil das hängt ja alles zusammen. Und in diesem Webinar morgen Abend um 20 Uhr, Pfingstmontag 20 Uhr, die Anmeldung findest du unten in der Beschreibung, den Anmelde-Link zu dem Webinar. Und da geht es darum, dass ich dir erkläre, was hinter den Schmerzen steht, warum Schmerzen da sind, dass sie aufgelöst werden können, wenn wir verstehen, was sie uns sagen wollen, warum sie in unserem Körper wohnen oder warum sie in unserem Herzen wohnen oder in unseren Gedanken, unseren schmerzhaften Gedanken, was das alles auf sich hat, wie es dazu kommt und wie wir das Ganze insbesondere lösen können. Und chronische Schmerzen, das sind ja wiederkehrende Schlangen, Schlaufen von schmerzhaften Hintergründen, Gedanken, Gedanken, Emotionen, die sich in unserem Körper manifestiert haben. Wie die da reinkommen, was die da wollen, wie wir sie auch wieder auflösen können und wie wir aus chronischen schmerzhaften Zuständen rauskommen. Das möchte ich euch morgen zeigen, Verständnis geben dafür und euch auf den Weg schicken, wie ihr euch davon lösen könnt und eine gesunde, glückliche, schmerzfreie Persönlichkeit seid in eurer Zukunft. Ich freue mich auf euch, meldet euch an. Ich weiß, es ist kurzfristig, aber ich arbeite immer mit Inspirationen und das ist ein Thema, das mir jetzt ganz, ganz wichtig am Herzen liegt und wo ich euch ganz, ganz schnell Lösungen und Hilfe präsentieren möchte. Genießt ihr Pfingstwochenende und vielleicht sehen wir uns ja morgen Abend. Alles Liebe, eure Patricia.